Wer sind Sie? Matthew Gideon, Käpt'n der Excalibur, Raumschiff der Sternenflotte der Erdallianz. Was wollen Sie? Ein Mittel gegen die Dragseuche finden, bevor sie das Leben auf der Erde auslöscht. Wohin gehen Sie? Dahin, wo ich hin muss. Wem dienen Sie und wem trauen Sie? Wem dienen Sie und wem trauen Sie? Wohin gehen Sie? Wohin gehen Sie? Wohin gehen Sie? Vielen Dank.